Es gehört zu Heiligabend, wie Christbaum und Bescherung. Gegen halb sechs versammelt sich die ganze Stadt auf dem Marktplatz. Zum Krischkindle-Ralassa. Selbstverständlich kommt das Krischkindle auch in diesem Jahr. Dieses Mal direkt in die Biberracher Wohnzimmer. Zuerst der Blick hinter die Kulissen der beliebten Weihnachtstradition. Der Bauhof ruft mich an und sagt, Herr Gutemann, sind Sie morgen da? Das war für mich natürlich eine Riesenfreude. Und dann das eigentliche Krischkindle-Ralassa. Exklusiv aus dem Biberracher Spitalhof. Krischkindle daheim. Mit dem Blick hinter die Kulissen am Dienstag. Und dem Krischkindle-Ralassa am Heiligen Abend. Eine Initiative der Hospitalstiftung in Zusammenarbeit mit Elanfilm. Die Kulissen am Dienstag. Mit dem Blick hinter die Kulissen amjenigen-Biberracher Spitalhof. Mit dem Blick hinter die Kulissen am Dienstag zu kommen.